Hi Leute, was geht? Ich bin's hier, euer Rebecki und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und zwar spielen wir heute als Chicken Nugget MM2. Ob das Ganze gut gehen wird? Ich weiß es nicht. Bringt mir das Nugget Glück? Ich hoffe. Denn ich bin ultra schlecht in diesem Spiel. Aber ich gebe mein Bestes. Tragt bitte keine Kopfhörer, weil die werdet ihr wahrscheinlich nicht brauchen. Denn ich werde bestimmt wieder schreien, also tut es lieber nicht. Tut euren Ohren eingefallen und tragt sie nicht. Und Leute, ich werde wieder 5 von euch adden auf meine Freundesliste. Also wenn ihr dabei sein wollt, dann lasst jetzt gerne einen netten Kommentar da. Mit eurem Roblox-Namen natürlich. Und ich würde sagen, wenn ihr neulich seid, lasst gerne ein Abo da. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben auch da, wenn ich mehr als dieses Chicken Nugget spielen soll. Und ich würde sagen, let's go. Oh mein Gott, wie sehe ich denn aus? Oh mein Gott, wie cool. Leute, die Sachen sind größer einfach mal als ich. No way, das Ding ist bestimmt riesig. Warte, ist das auch meins? Was? Leute, ich entdecke mal mehr. Warum habe ich so viel? Das ist nur wegen euch. Also danke schön an euch. Okay, ich würde sagen, wir nehmen hier mal das. Und warte, was hatten wir hier gerade? Genau, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Aber egal. Hauptsache, das sieht... Na okay, es ist doch nicht so groß an meinem Chicken Nugget. Aber Hauptsache, es sieht ein bisschen blöd aus. Kann ich mir was kaufen? Bündel für 3.000... Ich glaube, so viel Robux habe ich nicht. Was ist los hier? Was lohnt sich davon zu kaufen? Leute, schau es mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall, wenn es gut sein soll, dann hole ich mir das. Warte, geht es schon los? Hilfe! Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt bin. Ich habe nicht aufgepasst. Also, ich bin nicht der Sheriff. Hilfe! Ich bin zu klein! Warte! Meist ihr bei der Ostereierjagd jetzt mit oder was? Warte, das ist das neue Update, was ihr meintet. Oha! Wie viele Eier muss ich sammeln? Hallo? Was ist los hier? Okay, was haben wir hier? 240 Eier. Da kriegen wir was. 120 kriegen wir das Messer. Achso! Aha! Okay! Das ist schön. Das Blumenmesser hier. Wow! Aber ja, ich will gerne wissen, ob sich das hier lohnt. Also, sag mir gerne Bescheid. Seltene Eier. Okay. Nice Update auf jeden Fall. Und hier haben wir auch noch einen Haufen Radios, aber die finde ich nicht so cool. Okay, ich stelle mich schon mal hier hin. Ich bin bereit. Was wäre ich? Was wäre ich? Oh ne! Nicht schon wieder unschuldig! Ich hab keine Lust mehr. Aber ich kann mich richtig gut verstecken, Leute. Ich passe fast unter den Tisch. Mich sieht man gar nicht. Moment. Kann ich mich hier hinten verstecken? Sieht man mich? Rechnet man mit mir? Oh oh, ich hab was gehört. Ich glaub der Murderer ist hier. Räuft er mir vorbei? Bin ich hier sicher? Ich weiß nicht. Sollte ich mich verstecken? Kann es sein, dass sie Murderer ist? Ich glaube schon, oder? Ich guck die Wand an. Sie ist das. Wir sind das. Ah! Verdammt! Ah! Rest in peace, Nugget! Ich hätte mich einfach da drin verstecken sollen. Er war der Sheriff. No way, sie war voll sass. Ich hab's nicht geschafft, Leute. Ich hab's nicht geschafft als Nugget. Ich bin ein Chicken Nugget. Hoffentlich isst du mich nicht. Leg dich nicht mit dem aggressiven Chicken Nugget an. Ah, Moment, jetzt das schöne Messer hier. Oder? Wow. Äh, was ist sie denn? Was ist denn in Haus? Hä? Was war das für ein Avatar? Warte, was wäre ich? Oh, ich bin Murderer. Oh, yes. Hi. Äh, ich glaub, sie war Sheriff, oder? Gut, dass ich nicht mein Messer gezückt habe. Glaubt ihr, jemand rechnet mit mir? Kann ich hier drin warten? Ich warte einfach, bis jemand hier reinkommt. Meint ihr, jemand kommt? Irgendwie höre ich die ganze Zeit Geräusche, aber ich seh keine Leute. Sie ist doch bestimmt Sheriff. Sorry, Matthias, du geleist. Ich hab nicht mehr viel Zeit, Leute. Eine Minute. Ist sie oben Sheriff? Ich glaub, hier ist die ganze Hände hinterher. Ey. Ah. Wer ist es? Ah. Alter, das ist doch voll schlecht. Wow, passt so überhaupt nicht zusammen, aber egal. Guck mal, wie riesig das ist. Okay, mal gucken, was ich werde. Was werde ich? Unschuldig. Muss man hier auch seine Eier wieder abgeben, irgendwo hin? Da ist ein Ei. Oh, hier ist eine nice Karre. Kann ich da einsteigen? Verdammt, geht nicht. Oh mein Gott, ich versteck mich hier in der Ecke. Oh, da ist jemand. Ich will da rein. Lass mich rein. Irgendwie hänge ich hier fest in der Wand, Leute. Ich konnte nichts mehr machen. Ich hab jetzt resettet. Jetzt müsste es eigentlich wieder funktionieren. Okay, jetzt wird auch wieder was angezeigt. Was war das? Wir stapeln. Wollen wir jetzt hier eine Grinch-Show sagen? Es ist kein Weihnachten mehr. Und, und, und. Ich bin ja unschuldig. Ey, es macht keinen Spaß. Ich will nicht immer der Netze sein. Aber ich laufe so süß. Oh mein Gott. Und die vor mir ist nur am Dancen. Oh mein Gott, ich hab irgendwas gehört. Ich werde einfach nur gechillt meine Eier suchen, okay? Lass mich bitte in Ruhe. Bin hier nur, um meine Eier zu suchen. Warte, kann ich mich hier drin... Ist es Matthias? Matthias, du bist da. Lass mich in Ruhe. Oder ist es nicht Matthias? Ist es der Bacon? Wahrscheinlich. Ich habe Angst. Oh mein Gott. Ah, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wo lang mit mir. Ah! Es ist Bacon! Es ist Bacon! Die hat wahrscheinlich extra ein Bacon angezogen, damit man sie unterschätzt. Das machen so viele bei MM2. Ich weiß Bescheid, Leute. So viele laufen als Bacon-Noobs rum. Und in Wirklichkeit sind das voll die Pros. Was nehmen wir denn diesmal? Was können wir denn diesmal auswählen? Haben wir irgendwas Cooles? Andere nehmen so schöne Schwerter und so. Und ich so voll diese ugly Riesenteile. Und ich bin Schwerter. Das wollt ihr nicht. Warum lächst du von mir weg? Warum hast du Angst vor Chicken Nuggets? Warte, Moment. Hier gibt es ein Stück Pizza. Kann ich das nehmen? Verdammt. Wer ist der Bösewicht? Und nicht Matthias, oder? Der tanzt schon so um mich rum. Keine Ahnung. Wer ist der Bösewicht? Wer ist der Bösewicht? Wer ist der Bösewicht? Ich höre keinen Gerufe. Nix. Ich laufe einfach umher. Und schau mal, wer sich verdächtig verhält. Ist hier der Bösewicht? Oh Mann, nein. Alter, ich war nicht darauf vorbereitet. Was muss ich als Sheriff machen, Leute? Nein, jemand anders muss es retten. Wo ist Matthias? Hier. Den packen wir mal als Freund dazu. Und Annika mag ich auch. Also, sie nehmen wir auch an. Die haben meine Freundschaftsabfragen genommen. Wow, ich habe als Chicken Nugget Freunde gefunden. Wie nice. Was bin ich? Sheriff, schon wieder? Ich bin Schichtel-Sheriff, Mann. Kann ich nicht in Börder sein? Wer ist es? Warte mal, ich muss mich mal irgendwo hier hinstellen. Und zuhören. Wer ist der Böse? Warum dreht sie sich? Ich finde sie aber auch cool. Sie ist auch nice. Wer ist der Böse? Ich habe Angst. Geht weg von mir. Oh mein Gott. Ich wollte doch gerade schießen. Ich kann nicht so schnell drücken. Ich glaube, das ist das schlechteste MF2, was ich jemals gespielt habe. Es ist das Chicken Nugget. Wir haben sogar einen Kameramann hier. Ich werde von Bacons fertig gemacht. Ich habe die besten Sachen von euch bekommen hier. Aber ich bin so schlecht. Ah, ich werde schon ausgelacht. Ja, nice. Schon wieder, Sheriff? Ey, das gibt es nicht. Ey, das machen die doch extra. So, wo soll ich mich verstecken? Ey, nee, die ist das. Ich mag sie nicht. Bacons geht weg von mir. Ey, du auch. Du auch, ey. Die ist bestimmt schon wieder Mörder oder so. Oder die ist... Ich höre was. Oh mein Gott. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Jetzt beobachte ich, wer ruft. Und dann mache ich sie fertig. Jetzt bin ich ein guter Sheriff, Leute. Sie kommt immer näher. Kann ich auch den Fallschneid erwischen? Jetzt läuft doch hier lang, Mann. Komm her, Bacon. Komm her. Wo ist sie? Ist sie das? Wer ist das? Ach so, die. Nein, die Zeit ist ab. Also ich habe von Herzklopfen. Aber ich habe es überlebt. Ach so, sie war das. Ich hätte eh die falsch erwischt. Oh, oh. Das ging ja voll schief. Alle umzingeln das Chicken Nugget. Leute, ihr könnt mich nicht essen. Und? Unschuldig. Kann ich mich im Schrank verstecken? Ist er böse? Lass mich in Ruhe. Warte, kann ich mich hinterm Bett verstecken? Hier, da findet mich keiner. Oh mein Gott, das perfekte Versteck. Hinter Bett? Ich chill jetzt einfach nur. Okay, einige von euch meinten, ich soll mir die Waffe schnappen, falls der Sheriff rufen sollte. Aber Leute, ihr wollt mich halt nicht als Sheriff haben. Oh mein Gott, das war eine kurze Runde. Das war echt kurz. Und ich war gerade stolz auf mein Versteck. Oh yeah. Ich bin schon wieder unschuldig. Platz da. Ich habe Angst vor euch. Lass mich alle in Ruhe. Ah! Ah! Hilfe! Hilfe! Ich gehe in die Reifkind-Abteilung. Kann ich achten? Ah! Ich bin... Ah! 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 Mama, ich höre sie! Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich brauche die Eier nicht. Oh mein Gott. Meint ihr, sie findet uns? Oh nein. Ah! Nein! Sie war fast! Ich wusste es! Die stand da schon so. Ich wusste es. Das war gemein. Nee, ich mag die Mad nicht. Geht ja richtig ab wie Oopmann, sieht meine Unterhose. Und? Was wäre ich? Sheriff! Nein! Nicht schon wieder. Ich will das nicht sein. Wehe, du trickst mich aus. Matthias. Wehe. Ich verstecke mich hier. Und dann gucke ich. Ich gucke. Matthias, Mann! Verrat mich nicht! Ist es schlau, hier zu stehen? Moment. Hier habe ich, glaube ich, einen besseren Überblick. Ich versuche gerade, die beste Optik zu finden, wo ich beide Seiten sehe. Aber es ist ein bisschen schwer. Oh mein Gott. Sie ist es. Oder? Ah! Mann! Mann! Die beste Waffe ist doch einfach schlecht! Mann! Ich kann nicht ziehen! Oh, Matthias hat sich die Waffe geschnappt. Okay. Applaus für Matthias. Oh, schon wieder unschuldig! Nein! Ich will es nicht sein, aber okay. Ist besser als Sheriff. Weil Sheriff, nein. Einfach nein. Sie ist es. Sie ist es. Kommt sie hier hoch? Nee. Sie ist rausgegangen. Oh mein Gott. Die läuft da draußen rum. Gar nicht gut. Zum Glück bin ich nicht da unten. Wir sind hier oben total leise. Machen einfach gar nichts. Soll ich alles riskieren und rausgehen? Aber ich glaube, ich werde geruft. Hilfe! Verfolgt sie mich? Ah! Nein! 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 Wie lange geht er? Wie lange geht er? Wie lange geht er? Ah! Meine Unterhunde! Das werde ich jetzt die letzte Runde. Bitte nochmal der Böse. Ja! Ey, ich habe Glück. Ich habe Glück. Okay. Sollte ich hier schon anfangen? Ich weiß es nicht. Meine Waffe habe ich noch nicht. Haben die gesehen, dass ich es bin? Kommen hier Leute? Ich sollte mich vielleicht da hinstellen, wo keiner so einfach kommt. Ah! Kommt Matthias abhauen? Ja! Ach komm, wir lassen Matthias am Leben. Ich warte hier einfach auf meine nächsten Opfer. Obwohl laufen die hier lang? Ich glaube nicht, ne? Hier oben sind ganz viele Eier. Komm doch hierher! Kommt zum Chicken Nugget! Kommt keiner? Und jetzt bin ich sad. Wer ist aber Sheriff? Wo sind denn alle? Dahinten? Ah, da hinten laufen welche rum. Okay. Ey, jetzt bin ich aber besser. Wo sind die anderen? Nur 44 Sekunden. Die sind alle draußen. Oh, oh, sie ist Sheriff. Ja, ich komme! Sheriff! Nein! Die hat mich erledigt! Alter! Alle oben das Arme-Chicken-Nugget rum. Guckt mich an! Aber diesmal habe ich mich echt gut geschlagen für die letzte Runde, oder? Lasst doch hier vor mir den Daumen nach oben da für mehr MM2 in Katastrophen Edition. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch Lust und ein Lieb. Bye!